Ich weiß nicht, was das ist. Sieht gefährlich aus. Hey, hier ist er wieder, Magneto am Start. Aus dem Wald mit dem Metalldetektor. Mal sehen, was es heute Tolles gibt. Vielleicht wird ein Video draus und wer es noch nicht gemacht hat, das letzte Video hier unten. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Viel Spaß, schönes Wochenende. Ciao! Das erste, was besser klingt. Schon reingefallen. Ach, hier. Tatsächlich. Erster Fund des Tages. Mensch. Mach's scharf. Das ist ja verrückt. Erster Fund. 10 Pfennig. Und wir gucken nach. 1963. Andere Seite ist schon etwas. Das ist ja witzig. Cool, erster Fund. Das geht ja super los hier. Na schön. Weiter geht's. So. Weil hier durch den Wald gestapft hier. Nächstes Signal. Sieht sogar gar nicht so schlecht aus. Ob es wieder vielleicht ein paar Pfennige sind. Oder. So wie sonst immer. Oh. Bestoßen. Guck mal hier gut rein. Ach der. Pinpointer raus. Was denkt ihr, was es ist? Na ja. Wir werden es sehen. Jetzt fällt der Akku noch ein bisschen durch. Was ist das Ganze hier? Aha. Das war aber mal ein alter. Löffel. Eine alte Gabel. Schade. Abgebrochen. Kein Silber oder so. Das ist natürlich. Nicht. So hässlich. Wie es jetzt ist. Na schon. Gute alte. Dosenlasche. Ja. Dann schauen wir mal. Drückt mir die Daumen. Oh. Einen riesen Klumpen Gold. Schauen wir mal. Einen riesen Klumpen Gold. Oh. Das ist so oberflächlich. Huch. 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 Das gibt's doch nicht. Ähh. Ja. Wurzeln. Das ist so ein. Asthma. Inhalator. ein inhalator mal gucken ob da was drin ist außer erstmal schön schütteln tatsächlich das sogar noch gefüllt sieht man das ach du grüne neune ich fasse es nicht also damit rechnet man wirklich nicht man gut weiter geht's ich weiß es nicht oberflächlich ja oberflächlich jetzt brauche ich mich mal mit dem spaten nehmen wir doch mal das grabungsmesser dazu ich höre schon was sammeln hier insofern kaputt und was das mal war weiß ich nie okay falls ihr wisst steht auch nichts drauf könnt ihr es mir gerne in die kommentare schreiben kein inhalator naja wir schauen weiter nächstes signal klingt zwar nicht ganz so gut aber was heißt hier nicht ganz so gut schauen mal die nächste münze oder knopf es ist es ist es ist es ist ein knopf den könnte man ja mal sauber machen vielleicht war ja was schönes drauf ich glaube aber eher nicht gut weiter geht es im knopf schauen wir weiter und kämpfen uns hier durch bis zum nächsten guten signal dass ich hier nicht wieder eine münze finden werde von 1818 wie schon mal in einem meiner videos den könnt ihr euch gerne mal anschauen blende ich mal ein das war eine pariser stadtmedaille von 1818 da habe ich nicht schlecht gestaunt hier ist echt unwegsam das könnt ihr euch ja mal angucken das hat man bis jetzt zehn pfennig das war nichts zehn pfennig das asthmaspray ein knopf ist angestoßen wenn man hier natürlich anstößt dann halt nicht gut wollte ich gerade sagen dann piept er aber oder was was haben wir noch dieses komische metall ging keine ahnung was das war aber da geht doch noch was da geht doch noch was und dann setzt man das mal wieder ins feuer werden wir uns ein bisschen auf also ich muss schon sagen das macht echt spaß hier im schnee wald detektor herrlich spaten dabei was haben wir noch hier pinpointer drabungsmesser herrlich ja die richtig coolen funden bleiben noch außer aber ich bin da immer noch ein bisschen optimistisch und es schneit sogar ein bisschen noch mehr das ist tatsächlich das ist ein stück alufolie die erste heute so nächstes signal hier und dann und dann und dann und dann und dann Das ist ja oberflächlich. Das ist schon eine Dosenwasch, oder? Das ist schon etwas Größeres zu sein. Wollen wir mal gucken. Was? Ich denke mal Schrott. Was ist das denn? Was ist das denn? Vielleicht wisst ihr mehr als ich? Boah, keine Ahnung. Nächstes Signal. Oh, das scheint das nicht zu sein. Platte. Eisenplatte. Damit redet man jetzt nicht unbedingt. Weiter gehts. Oh, das ist doch nicht so tief. Ah, da schon. Da piept es. Ah, guck an. Die nächste Münze. Hehehe. 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 Was haben wir? 50 Cent. Da hat wohl jemand für 50 Cent verloren. Super. Jetzt habe ich jetzt auch nicht unbedingt gerechnet. Aber, cool. Weiter gehts. Ach Mist. Bloß eine Dosen. Boden von der Dose. Weiter. Noch sehe ich nichts. Oh nein. Das war wirklich der andere Teil der Dose. Ah. Gut. Weiter gehts. So. An das Ding. Aha. Na super. Sieht aus wie eine Dose. Spray? Oder was zu trinken? Es ist. ein Spray. Was haben wir denn hier? Gämmeln. Parfüm. Fresh Feeling. Aha. Interessant. Naja. Jetzt liegt es nicht mehr im Wald. Na super. Na. Das klingt ja schon mal interessant hier. Aber viel zu groß. Entschuldigung. Winter hier. Ah. Ey. Hat man heute noch wenig. Ich warte noch nicht. auf der Dose nach einer. Er. Auf der Suche nach einer Fischdose. Ja. Da haben wir sie endlich. Die erste Dose. Na. Siehste. Was ist lange wert. Ist hier was drin? Was drin? Uh. Glas? Ne. Warum ist hier Glas in der Dose drin? Was ist das hier noch? Ja. Ja. Hä? Hä? Verstehe ich nicht. Mach mal das Glas noch rein. Hm? Na ja. Dann schaffen wir das erstmal weg. Auch hier hat es wieder gepiept wie verrückt. Dann schauen wir mal um. Bestimmt wieder eine Dose. Kiste oder was? Haben wir hier eine Kiste verkramt? Das klingt hohl. Oh. Mist. Ich weiß nicht was das ist. Oh. Das sieht gefährlich aus. Nachhinein sind wir alle schlauer. Das ist erstmal aus. Mal gucken. Hä? Hier ist der Rand. Was sagt ihr? Renn weg lieber. Deckel. Ich glaube das ist bloß ein Deckel. Okay. Glück gehabt. Doch keine Mine. Wunsch. So. Da ging doch der Pult gleich mal hoch. Ich glaube wir machen jetzt auch gleich Schluss. Vielleicht noch zwei, drei Signale. Oh. Hallo. Das war's wohl heute schon wieder mit dem Magneto-Abenteuer. Schauen wir uns mal an was wir gefunden haben. Was haben wir denn alles hier? Wir hatten. Der erste Pfund des Tages war glaube ich. Ah hier. Hier ist der erste Pfund des Tages. der erste Pfund des Tages. Die 10 Pfennig. Die 10 Pfennig. Die 10 Pfennig. Ja. Toll. Von 1960. So. Und was haben wir hier? Wir haben eine Gabel oder ein Stück davon das Spray. Kommt sogar noch was raus. Wahnsinn. Falls mal jemand hier. Haufen Dosen. Dosen. Keine Ahnung was das hier ist. Das hier sieht aus wie in einem Fuß zum Einstellen. Ich weiß es aber auch nicht. Hier hat man wieder Fisch gegessen. Eine Dose mit Glasscherben drin und irgendeinem anderen Gedöns. Hier hat sich mal einer, als er geschwitzt hat. Wahrscheinlich im Wald. Naja. Und ein Topfdeckel. Und noch die 50 Cent. Es ist überschaubar. Ich weiß gar nicht worüber ich mich heute am meisten gefreut habe. Keine Ahnung. Wahrscheinlich über den Schnee der hier liegt. War schön. Hat Spaß gemacht. Und wenn es euch gefallen hat, dann abonniert gerne den Kanal. Lasst ein Like da. Was auch immer. Ich wünsche euch was. Ahoi. Sagt Magnesio. Ciao. 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 Ciao.